Der Präsident der Ukraine, Volodymyr Zelensky, gratulierte dem Republikaner Donald Trump zu seinem Sieg bei den Präsidentschaftswahlen in den USA und erklärte, dass Trumps Haltung zu globalen Themen eine gerechte Frieden in der Ukraine näherbringen könnte. Zelensky, in einer Nachricht, die sofort nach der Bekanntgabe von Trumps Sieg veröffentlicht wurde, nannte diesen Sieg beeindruckend und sagte, er freue sich darauf, eine neue Ära einer starken USA unter der entscheidenden Führung von Präsident Trump einzuleiten. Diese Nachricht wird als Versuch gesehen, neue Verbindungen zur kommenden Administration in Washington zu schaffen, während die Ukraine unsicher bleibt, welchen Einfluss eine Trump-Präsidentschaft auf den Krieg in der Ukraine haben könnte. Zuvor hatte Trump erklärt, dass er den Krieg einfach beenden würde, indem er mit den Präsidenten der Ukraine und Russlands spricht. Trump kritisierte die Ausgaben von Milliarden Dollar für die Verteidigung der Ukraine und sagte, dass Kiew den Krieg nicht gewinnen wird. Er erklärte auch, dass Putins Bedingungen für Friedensgespräche unakzeptable seien und äußerte die Überzeugung, dass Putin die Ukraine nicht invadet hätte, wenn er im Weißen Haus gewesen wäre. Im Jahr 2017 gab Trump den USA grünes Licht, um der Ukraine tödliche Hilfe zu leisten. Während der Amtszeit des demokratischen Präsidenten Joe Biden haben die Vereinigten Staaten seit Beginn der umfassenden Invasion Russlands im Jahr 2022 Zehntausende von Millionen Dollar an militärischer und finanzieller Hilfe gespendet. Trump hat das Niveau der amerikanischen Unterstützung kritisiert und auch gezögert, klare Unterstützung für den Sieg der Ukraine im Krieg auszudrücken und versprochen, dass er versuchen würde, den Konflikt zu beenden, bevor er im Januar sein Amt antritt, ohne Details zu nennen, wie er dies erreichen würde. Ich schätze das Engagement von Präsident Trump für den Ansatz Frieden durch Stärke in globalen Fragen, schrieb Zelensky in seiner Erklärung. Das ist genau das Prinzip, das einen gerechten Frieden für die Ukraine bringen kann. Ich hoffe, dass wir das gemeinsam erreichen können, fügte er hinzu. Jaroslav Gillesniak, ein Abgeordneter der Partei Holos, sagte, dass die Zeit, bis Trump im Januar sein Amt antritt, bedeutend sein könnte. Es gibt eine Möglichkeit für Biden und die Demokraten, mutige Schritte zu unternehmen, die sie zuvor nicht unternommen haben, schrieb er auf Telegram. Er fügte hinzu, dass die Erwartungen an Trumps Präsidentschaft von seinen Ernennungen abhängen würden.